Hallo zusammen, ich bin der Heute-Land, wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar würde ich heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal unter Berufe und dann Ingenieurskunst finden. Und hier haben wir das Achievement, denn das ist keine gewöhnliche Gaswolke und dafür müssen wir folgendes machen. Fangt mit dem Schockdrossel Seeleninhalator 2, Elementarseelen jeder Sorte. Und das sind insgesamt vier verschiedene Elemente, die wir einsaugen können und wie das Achievement schon sagt, brauchen wir die jeweils zweimal. Einmal habe ich es jetzt schon gemacht und übrigens mein Schar ist kein Inji, auf dem ich das jetzt angehe. Ich mache das gerade auf dem Main, einfach weil ich elementar damit ein bisschen schneller Down-Krieg-Kreis mit dem Twink. Ihr braucht zwei Sachen dafür und zwar Nummer 1 ist Schockdrossel Seeleninhalator oder Inhalierer, so rum. Und den könnt ihr mal A-Kaufen, kann Inji herstellen, kostet bei mir gerade um die 1000 Gold. Also ist relativ günstig. Und dann braucht ihr noch leerer Seelenkäfig, den kann ein Juve herstellen, kostet bei mir gerade um die 70 Gold. Und den braucht ihr achtmal, weil ihr acht Seelen einsaugen wollt. So, wie funktioniert das jetzt? Ihr müsst euch jedes Elementar einmal raussuchen. Also ihr braucht einmal Luft, Feuer, Erde und Frost. Ich werde euch die Spots zeigen und da müssen wir Elite-Elementare umhauen. Also wenn ihr ein bisschen Gier habt, wäre es nicht schlecht, sondern stark sind die ehrlich gesagt nicht. Erster Spot, wir sind bei den Feuerelementaren und zwar hier oben in dem Azublauen Gebirge, dann hier nach Waktros und auf den Koinaten 77, 39 in etwa. Und ja, hier seht ihr, haben wir einige Feuerelementare. Da holen wir uns quasi dann einen von diesen Feuerelementaren. Und wichtig ist, ihr braucht halt wie gesagt die acht Käfige und dieses Item. Und jetzt gehen wir halt her und hauen diesen Feuerelementaren erstmal ein bisschen runter. Haut ihn vielleicht so auf heil bis lai, vielleicht ein bisschen drunter. Und dann setzt er das Teil hier ein und saugt quasi den Kollegen ab. Und wenn der stirbt, während der abgesaugt wird, kriegt ihr so ein Item. Oder wenn ihr quasi durchgechannelt habt, dann kriegt der Mob für ein paar Sekunden auch einen Debuff und ihr kriegt auch so ein Item. Also am Anfang der Expansion war es ein bisschen schwieriger, da musste man den töten, während man gechannelt hat. Und das hat das ein bisschen vereinfacht. Mittlerweile kriegt er dann den Debuff und selbst wenn er danach noch tötet, gibt es quasi dieses Item. Heute, das hat jetzt eine Viertelstunde Abklingzeit, wie ihr seht. Da werde ich gleich drauf eingehen. Unser Schockdrossel-Sälen-Inhalator, der hat jetzt fünf Minuten Abklingzeit. Heißt, ihr könnt nur alle fünf Minuten eine Seele absaugen. Und diese Items, die ihr dann rauskriegt, sind aber dann einzigartig. Also ihr könnt dann nicht nochmal eine Feuerseele absaugen, sondern müsst eine andere absaugen. Ihr könnt es natürlich aufmachen. Dann bekommt ihr so ein paar, ja, so Feuermaterialien raus. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt genau heißen. Ich glaube, vorher habe ich eins aufgemacht. Genau sowas. Er weckt das Feuer oder so, kriegt ihr dann raus. Wenn ihr aber die Viertelstunde abwartet und erst dann das Ding aufmacht, dann bekommt ihr segengebundene Matts, die ihr braucht, um unter anderem Rüstungen zu schmieden. Beziehungsweise ihr habt dann auch eine Chance auf den Pet, was ganz gut Gold wert ist, weil das relativ selten ist. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr das hier eh schon macht, wartet die Viertelstunde und macht das Ding dann auf. Dann kriegt ihr mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die wesentlich besseren Sachen raus. Also das ist auf jeden Fall wert. Genau. Ihr müsst ja eh fünf Minuten warten und braucht jedes Element. Heißt, jetzt können wir, während wir die fünf Minuten warten, schon mal zum nächsten Spot fliegen und am nächsten Spot quasi dann den nächsten Elementar machen. Macht das einmal im Kreis und fangt dann wieder quasi am Anfang an beim Feuerelementar. Und dann ist bis dahin natürlich auch die Viertelstunde rum, weil wir müssen ja mal fünf Minuten warten. Vier Elemente mal fünf Minuten, 20 Minuten und dann sind wir quasi durch. Gut, ich fliege jetzt schon mal weiter. Und zwar gehen wir als nächstes zum Wasserelementar. Und das Wasserelementar, das befindet sich, also es gibt verschiedene Spots, aber einen, den ich ganz gut finde, ist hier in den Ebenen von Onara. Und da sind wir jetzt gerade angekommen. Das ist hier auf den Koordinaten 55, 76 in den Ebenen von Onara. Und da haben wir in der Mitte ein Elite Wasserelementar, das ist auch neutral. Und ja, den können wir quasi als nächstes holen. Ihr seht, hier sind die Teile bei mir gerade schon abgelaufen mit der Viertelstunde. Da war ich vorher dran. Das hat jetzt hier gerade noch 62 Sekunden. Das können wir jetzt zum Beispiel mal aufmachen. Gut, ich habe jetzt hier eine Luftseele gekriegt. Die können wir zum Craften brauchen. Was haben wir da drin? Haben wir eine Frostseele. Die können wir auch zum Craften brauchen. Und ja, so können wir weiter gucken. Gut, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen die Abklingzeit abwarten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dolla, meine Abklingzeit ist runter. Jetzt können wir den Kollegen hier auch mitmachen. Jetzt zeige ich euch das mal mit dem Buff. Hauen wir ihn mal nicht so weit runter. Also wir haben jetzt hier einmal das Gerät. Und da seht ihr, dann haben wir den Buff für 30 Sekunden drauf. Also deswegen meine ich, wenn ihr jetzt vielleicht nicht so viel Schaden drauf habt, dass er es dann erstmal runterklopft und dann draufhaut. Aber mit einem halbwegs aktuellen Gear könnt ihr es wahrscheinlich sogar am Start draufhauen. In 30 Sekunden hauen die meisten Leute den ja um. Ich hasse Tanks sogar auch. Also gar keinen Stress. Seht ihr, da haben wir das Ding jetzt wieder. Das ist jetzt schon auf 8 Minuten. Das Erdteil, was ich vorhin geholt habe. Da ist jetzt blöderweise auch nur eine Seele drin gewesen. Naja, da brauchen wir ein bisschen Glück haben. Gut, und dann schauen wir zum nächsten Spot weiter. So dolla, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt einmal hier auf den Koordinaten 23, 37. Immer noch in der Ebene von Onara. Und hier unten haben wir dann einen Sturm-Elementar. Der läuft hier die ganze Zeit im Kreis. Mein Gerät ist wieder einsatzbereit. Und dann würde ich sagen, hauen wir den mal ein bisschen runter. Beziehungsweise eigentlich können wir es jetzt schon mal einsetzen. Buff hat er jetzt drauf, beziehungsweise Debuff. Und jetzt können wir ihn einfach killen. Und dann müssen wir das nächste Teil kriegen. Zack, da haben wir es. Schauen wir mal rein. Wo waren wir? Berufe. Dann Inji. Hier sind wir. Genau, zwei von denen, zwei von denen, zwei von denen. Jetzt brauchen wir noch ein zweites Erdding. Wie gesagt, ich bin am Anfang schon mal ja eine Runde geflogen. Jetzt gucken wir noch zum Erdmob hin. Dann sind wir am letzten Spot. Und zwar sind wir jetzt in der Küste des Erwachens. Auf den Koordinaten 46, 35. Und hier haben wir dann Erdelementare. Die sind quasi auf diesen Hügeln hier drauf. Seht, da hinten ist einer. Hier ist noch einer. Und ja, das funktioniert halt wieder genauso wie bei den anderen. Übrigens, die casten hier so ein CC, seht ihr. Wenn ihr währenddessen castet, ist es blöd. Also ihr solltet den erst interrupten und dann euren Channel durchmachen. Sonst wird der abgebrochen. Wenn er hochgeschleudert wird, ist es nicht das Problem. Aber wenn sie euch quasi stunnen, dann ist RIP. Dann müsst ihr, glaube ich, 30 Sekunden warten oder so. Genau, und dann haben wir jetzt das Letzte von allen Zweien. Und sind tatsächlich mit dem Achievement durch. Mehr ist es nicht. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachspielen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Und bei den nächsten Videos reinschauen. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.